Es war einmal ein kleiner Sidex. Dieser beschloss sich vor genau einem Jahr, heute vor einem Jahr, einen YouTube-Kanal zu machen. Diesen macht er aber nicht alleine, sondern zusammen mit jemandem mit dem Namen Felix. Zusammen überlegten sie sich, wie sie sich nennen könnten und kamen zum Schluss, den frei erfundenen Namen Rinoxe zu nehmen. Zusammen machten sie ungefähr einen Monat lang aktive Videos. Doch nach dieser Zeit waren sie sehr sehr unzufrieden mit ihren Videos und entschlossen sich einen Neustart mit neuem Namen zu machen. Somit überlegten sie wieder lange Zeit, was sie nehmen könnten und kamen auf den neuen, wieder frei erfundenen Namen Sidex. Doch bevor die beiden wieder aktive Videos machen, besprachen sie sich und kamen zu dem Schluss, dass es besser wäre, einen getrennten Kanal zu haben. Die Gründe hierfür waren einfach verschiedene Qualitätsansprüche und der zweite Grund, dass Felix nicht wusste, ob er wieder aktive Videos machen kann. In dieser Zeit machte ich nun sehr sehr viele aktive Videos, unter anderem das Erfolgsprojekt Minecraft Nuke. Zu diesem Zeitpunkt gab es einen kleinen Jungen, der hatte auch einen Kanal und er hieß Streetfighter LP. Aber er war sehr alleine und wollte gerne jemanden haben, mit dem er zusammen ein Video bringen konnte. Also hat er bei YouTube nach Minecraft 001 gesucht und schließlich den Kanal Sidex gefunden. Dort hat er dann einen Kommentar verfasst und hat gefragt, ob er vielleicht ein paar Oppos geiern darf und auch, weil er halt ein bisschen klickgeil war, wie es sich so gehört für einen YouTuber. Die Antwort von Sidex kam und es hieß, natürlich nehme ich mit dir auf, denn wer will es verpassen, mit einem 13 Abonnenten einen YouTuber aufzunehmen. Kurz darauf kam dann auch das erste Video online. Es war ein purer Erfolg. Die Fans schrien nach mehr. Schon bald war Streetfighter LP der Name zu, sagen wir zu kindisch und er änderte seinen Namen auf T-Gel-L-P. Ein wundervoller Name. Doch schon bald hatte Sidex keinen Spaß mehr gemacht, allein auf einem YouTube-Kanal Videos zu bringen. Zudem hat sich die Situation gut ergeben, dass Tegel und Sidex einen ähnlichen Stil hatten und somit fragte Sidex Tegel, ob sie vielleicht zusammen einen YouTube-Kanal machen könnten. Als diese Anfrage von Sidex kam, hat Tegel natürlich eine Weile überlegt, ob er dieses Angebot annehmen sollte, aber schließendlich entschied er sich dann dafür, den Kanal mit Sidex zu nehmen. Sie dachten lange darüber nach, wie man diesen Kanal jetzt nennen könnte. Und da der eine Nummer Tegel hieß und der andere Nummer Sidex, war das eine sehr schwierige und folgenschwere Entscheidung. Doch am Ende ergab sich der für alle bekannte Name Tegel Doch diesen Namen gab es leider in einer etwas veränderten Form mit mehreren Millionen Abonnenten schon. Somit mussten wir noch etwas dahinter hängen. Und diese Buchstaben waren H und D. So, wir hoffen wirklich sehr, 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 dass euch dieses Einjahres-Special gefallen hat. Wir haben auf jeden Fall ganze 15 Minuten Mühe hier reingesteckt. Man merkt es in der grafischen Darstellung. Wir hoffen natürlich, dass wir euch noch weitere Jahre wunderbare Videos bringen können. Bock hätten wir darauf auf jeden Fall. Und dann würde ich sagen, war es das von diesem Einjahres-Special. Wir hoffen natürlich, dass es euch gefallen hat. Wie bereits gesagt. Und dann sehen wir uns beim nächsten richtigen Video wieder. Bis dahin. Tschüss. Ciao.